Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ich kann nur ehrlich sagen, selbst schuld. Heute will ich euch zeigen, was man so aus Kunststoffbausetz machen kann und dass die gar nicht so schlecht sind wie ihr Ruf. Ihr könnt mal immer schreiben, ob ihr lieber Laserkarte bauen oder Kunststoffbausetz bauen oder sogar selbst bauen. Ist ja jedem so sehr besser. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ich hoffe es hat euch gefallen. Ihr war gesund und ihr bleibe gesund. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein frohes Weihnachtsfest. Ich wünsche euch ein guter Rutsch ins nächste Jahr. Und vielleicht sehen wir uns ja noch einmal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Euer Eisebarn Baron.